hey leute und willkommen zurück zu let's play ww ja ich habe euch zwar versprochen dass wir in eine instanz gehen aber ich habe mich gerade mal angemeldet und durchschnittliche wartezeit 48 minuten ok also machen wir erstmal hier weiter vielleicht kriegen wir mal eine einladung oder nicht wir werden sehen so die haben abgeben solche kremen ob sandala für es macht das ist schön und dann können wir auch noch mal zwei aufgaben abgeben mit unserem tier und einmal wo wir das aß gesammelt haben so aber ich finde also dies addon also selbst dies land jetzt hier mit den bäumen und so das macht mir echt spaß ich finde es auch schön so das werden wir sehen so guten tag sammelt acht was schluss schlupf bereitet ja ok damit acht halb verdaute bleibt gut drauf ok dann werden wir eier und fleisch sammeln das ist alles da vorne wer fällt ein können wir nicht aber ihr bisschen lang durchschnittliche wartezeit 48 minuten halte ich senkrecht so ist denn das ist das da ist der komische kauf geht davon aus dass wir mal hier lang müssen guten tag guten tag bitte nicht zertrampeln ich möchte doch hier nur durch da hoch müssen wir sagen wir mal an von dem brauchen wir das fleisch von teri raptors das sind die fliege dinosaurier ich muss zuerst etwas anvisieren das wissen bestimmt einige von euch oder die jurassic park gucken außer reichweiten sowieso ja einige dienst hier so rumlaufen würde ich mal so behaupten eiskalt habe kein ziel fleisch sammeln wir stehen da müssen wir doch mal unseren beruf noch mal müssen wir auch noch mal weiter den holen wir uns gleich mal als nächstes das ist zu weit entfernt das ging auf den kino bestimmt noch mal aufgabe aber wir holen ihn trotzdem würde ich sagen schon mal ein voraus sehr schön ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren wie habe ich denn hier eigentlich hier auch wächter ist den ich gerufen habe na komm her ein problem ich brauche ein ziel ich habe kein ziel so hier gibt es zwei eier für uns das tut mir leid ein erinnerungs foto für uns danke so das haben wir hier ist noch irgendwas hier ist noch irgendwo eine kiste und das war glaube ich ein bisschen viel ich muss näher heran das ist zu weit entfernt was macht denn unser tier was macht denn unser team ich muss zuerst etwas anvisieren wir müssen uns auch einfach hier nicht ich habe kein ziel vielleicht haben wir genug jetzt brauchen wir noch ein paar eier da ist eine kiste die holen wir uns auch noch ich brauche ein ziel eine aufgabe sammelt die schrift sehr schön so ein zwei eier noch ich bin außer reichweite da ist ein ernst das holen wir uns auch klopft 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 das kraut ist daneben das nehmen wir auch noch mit da sind wir schon fast level 113 so die letzten eier einsammeln hat sich mal hier was geändert nein natürlich nicht so und ab geht die post aber wir könnten ja mal fragen martin gleich ob der instanz wird will flüstern hi martin okay hier können wir lang laufen sehr schön dann fragen wir mal mal gucken was er dazu sagt da ist wieder ein kraut da können wir auch gleich die aufgaben abgeben das ist sehr schön mal willst du noch eine aufnahme mir eine mini tanken mal gucken was unser martin dazu sagt ihr wisst wer martin ist mit denen habe ich auch den release aufgenommen ihr wisst nachts unser special spezial fünf folgen lang zack 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 ja schön dass ich helfen konnte füttert euer jungs mit denen bleibt gut drauf ob das so gut war das ist das ist geil so hier da brauchen wir auf jeden fall ein foto von unseren unser kleines ist groß geworden ok so dann gehen wir die aufgabe mit mir kommt bald wieder sprechen und wählt die ausbildung für eure ok jetzt müssen wir auch ausbilden das ist sehr schön guten tag grüße ich bin bereit für die ausbildung lasst euch nicht ok wir müssen vor den atom fliegt durch das tour lasst euch nicht von den neuen der wir schon ok also dass also den ablenken gut Schnell. Er kommt. Er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt, oder? Haben wir ihn abgelenkt? Ne, Mist. Oh, haben wir schon geschafft? Doch, haben wir geschafft. Sehr schön. Und dann mit uns. Wow, Level 113, sehr schön. Sprecht los. Oh, jetzt gehen wir so langsam in den Bereich, wo wir was tauschen könnten. Ja, was ist das hier? Da haben wir noch den Set-Bonus. Nehmen wir noch den Set-Bonus. Also. Unser Königreich erobert keiner. Okay, ja, das sehen wir ja gleich. So, dann gehen wir hin. Oh, wir haben schon gewendigt. Das war's. Können wir die Aufgabe abgeben. Mal wieder raus hier. Das ist oben, wo wir die Aufgabe abgeben. Bestimmt. So. Dann gehen wir mal ab. Guten Tag. Und das nehmen wir mit. Sieh mal gleich an. Sehr schön. Bringt euer Tiefpferdchen unter. Gut. Wo sollen wir dich unterbringen? Das sehen wir gleich. Ach, in ein Gehege. Mach's gut, mein kleiner. Ja, schön mit dir. Hoffentlich sehen wir uns noch mal wieder. Hoffe ich. Mit dem wir dich ausgebildet haben. Was ist das hier? Keine weitere Folgeaufgabe? Okay. So, wie kommen wir denn da hin? Auf Kurs halten. Auf Kurs halten. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Wo steht denn auf Kurs halten? Da langlaufen und da langlaufen. Okay. Aber ich würde sagen, das Laufen, das kann ich auch offline machen. Das wollt ihr wahrscheinlich nicht sehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play WoW mit unseren Hordejäger. Ich danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüssi Koski.